Hallo, mein Name ist Markus. Ich bin Trainer bei Netways, unter anderem für Greylock. Unsere Schulungen finden entweder hier in Nürnberg oder online statt. Greylock kann dazu genutzt werden, um Aktivitäten und Ereignisse in deiner Infrastruktur zu analysieren. Außerdem können Entwickler mit Greylock einen erweiterten Einblick in ihre Applikation erhalten. Das ist besonders wichtig für sicherheitsrelevante Ereignisse. Wenn du Linux Grundlagen hast, kannst du direkt loslegen und dir dein Greylock Wissen aufbauen. Vor dem Training solltest du allerdings einen Linux Texteditor beherrschen, da wir damit intensiv arbeiten werden. Am Tag 1 werden wir die verschiedenen Komponenten besprechen und dann die ersten Daten in das System laden. Also ein guter Mix aus theoretischem und praktischem Teil. Das wichtigste Thema an Tag 2 ist Parsing, damit du deine Daten optimal strukturieren kannst. Nach dem Netways Training hast du alles, um direkt mit Greylock durchstarten zu können. Wenn die Schulungen online stattfinden, sieht das Ganze so aus. Wenn du Lust hast, an unserem Training teilzunehmen, dann klicke hier und melde dich gleich für den nächsten Termin. Wir sehen uns beim nächsten Mal, und dann gut schauw. Dann können wir ja was, dass du uns hier über eine Meinung nach schön brauchst. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ganz vector. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.